Galatone Galatone hat auch ein wunderschönes Kino, Minerva Kino, das seine wichtige kulturelle Tradition auch für den Bereich der darstellenden Künste beweist. Ein sehr besonderes Kino, das lange Zeit geschlossen war. Vor kurzem wurde es der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Das Minerva Kino ist heute das Aushängeschild für die Einwohner von Galatone, denn hier mischen sich Kultur und Kunst und zeigen das Beste der bildenden Kunst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017